Herzlich willkommen zum Podcast über Halbpflanzen, Wege der Halbpflanzenerkenntnis mit Christoph Pollack, Naturzusammenklang. In der letzten Folge habe ich berichtet von fünf Wegen, das Pflanzenwesen zu erkennen, sich dem zu nähern, also Methodisches. Da hatten wir die fünf Finger an der Hand gezählt mit erstens das Habitat, zweitens die Gestalt, den Habitus, drittens Geruch und Geschmack, viertens die Wirkkräfte auf den menschlichen Organismus und fünftens das Besondere, sozusagen das Wesen, die Zusammenschau. Heute möchte ich den dritten Punkt, der sehr zentral ist, nämlich der Geschmack als Heilmittelhinweis etwas mehr ausführen und auch dazu Grundlegendes bemerken. Denn Pflanzenarbeit ist doch wirklich das, wir begegnen dem Wirklichen und wir begegnen dem Wirklichen, das vor unseren Füßen liegt, unter den Füßen liegt, auch ich hoffe manchmal dem Barfußen, euren baren Füßen darunter liegt und dass wir uns damit tatkräftig, aber auch sinnend und mit Muße auseinandersetzen. Denn Forschen ist, durch das, was Innerstes ist in uns, stehen wir mit dem Inneren der Natur in innigster Beziehung. Und so sind wir Teil der lebendigen Natur und können uns auch fragen, wo begegnen sich da innen und außen? Hm, überall ist die ehrlich, aber unvermittelte Antwort und wenig befriedigend noch, aber ganz, ganz unmittelbar und in innigster Verbindung, wenn man so will, in Kommunion begegnen wir der Pflanze, wenn wir das Blatt auf die Zunge legen, es spüren, kauen, schmecken und uns einverleiben. Denn diese Begegnung von Blatt und Zunge kann uns wirklich ein Vereinigen werden, dieser beiden Reiche. Die Pflanze wird sozusagen Mensch. Essen ist ein Sich-Verbinden mit frischer, lebendiger Nahrung. Und Pflanzen grün, weiß von der Sonne und weiß von dem Wasser. Unsere Erfahrorganisation insgesamt, das, was wir die Sinne nennen, ist das Tor zum Wissen. In alten Traditionen wird dies der Stein der Weisen genannt. Was ist es denn, das, an dem wir einfach vorbeigehen, ohne es zu betrachten? Ja, unsere Erfahrungen, die sind ein Goldschatz von unvorstellbarem Wert, eine riesige Truhe mit ungehobenen Schätzen. Und wenn wir unsere Sinne gebrauchen, haben wir wirklich den besten physikalischen Apparat, den es gibt. Wenn ich jetzt von dem Geschmack als Schlüssel zur Heilkraft spreche, dann ist es klar, dass damit wirklich die Pflanze uns mit nichts so stark auf ihre Heilkraft hinweisen kann wie mit dem Geschmack. Denn wir haben mit unserem Geschmack ein Erfahrorgan, das, wenn man so will, das allererste Analysewerkzeug allererster Güte ist. Die Kinder nehmen mit den Geschmacksknospen so fein bar. Mir wurde es wieder deutlich, wie meine Tochter einfach mit fünf Jahren so die Geschmacksentwicklung vom Spitzwegerich beschrieben hat. Im Frühling eine junge Blattspitze. Erst frisch war der erste Eindruck, dann süßlich, dann scharf und später bitterlich, etwas bitter. Also wenn wer den Spitzwegerich einmal probiert, der kann das vielleicht nachvollziehen. Diese frische, dann etwas süßlich. Die Schärfe hatte ich bis dahin nie bemerkt, die später auftritt und am Schluss das Bittere, das erleben wir sehr stark. Auch wir können wieder werden wie die Kindlein und unseren Geschmackssinn in diesem Sinne wieder gebrauchen. Eigentlich ist unser Geschmackssinn nicht dafür da, um zu unterscheiden, lecker und nicht lecker, sondern eher ist es mir zuträglich, also gesund, oder es ist mir gerade nicht zuträglich. Und da ist ein deutlicher Unterschied zwischen dem lecker und nicht lecker und zwischen dem, was mir zuträglich ist und was mir nicht zuträglich ist. Und unsere Nahrungsmittel sollen unsere Heilmittel sein. Da können wir so viel schon bewirken, wenn wir darauf achten. Viele Male habe ich das erlebt, dass ich von etwas angezogen worden bin, von dem Geschmack und dem Geruch in einer Farbe, was mir zuträglich ist. Das Beispiel der Goldrute habe ich schon gebracht, die so lange schmeckt, wie wir sie wirklich brauchen, um wieder zu gesunden. Aber Geschmack ist viel zu grob gesagt für eine ganze Vielzahl an Empfindungsqualitäten. Ich schlage vor, dass wir drei unterschiedliche Bereiche dabei unterscheiden lernen. Das ist einmal die Geschmacksqualität, also das, was wir gewöhnlich sauer, salzig, bitter und so nennen. Zweitens die Temperatur oder Energetik, praktisch heiß, kalt, feucht, trocken, diese Unterscheidung. Und drittens den Sinnes, den Nerveneindruck auf der Zunge. Da gibt es manchmal etwas Bitzelndes, manchmal etwas dumpf, pelziges, manchmal etwas prickelnd oder diffuses. Also das wir unterscheiden lernen, Geschmacksqualität, Temperatur und Sinneseindruck. Dazu kommen weiter der Geruch und auch die Konsistenz beim Kauen, zum Beispiel ledrig, zart, schleimig. Und wir tasten ja auch mit der Zunge die Beschaffenheit, ob da so feine Härchen sind oder ob es glatt ist, etc. Bei den erstens Geschmacksqualitäten können wir unterscheiden süß, sauer, bitter, salzig und scharf. Ja, viele wissen Umami, der japanische Begriff für lecker, das ist Glutamat, ist häufig als sechster Geschmack mit dazugenommen. Wir haben auch in den verschiedenen medizinischen Traditionen ganz deutliche Systeme, zum Beispiel im Ayurveda haben wir die fünf Geschmacksqualitäten und einen Sinneseindruck. Da stehen sich süß und scharf gegenüber, bitter und sauer und salzig und das, was wir astringierend, also die gerbstoffhaltigen Geschmack nennen. Ich habe mal eine noch ausführlichere Version versucht und zwar habe ich zwölf verschiedene Geschmäcker zusammenbekommen, die zwölf basalen Geschmacksarten und die möchte ich einfach kurz auch euch vorstellen. Wir haben also den Bereich des salzigen und des bitteren, des aromatischen, scharfen, galligen, zusammenziehenden, süßen, sauren und öligen und schleimigen. Jetzt unterscheide ich in manchen Bereichen nochmal differenzierter, denn im bitteren können wir unterscheiden die alkaloidischen bitteren, da gibt es auch giftige Beispiele, wie die Gurken, die bitteren Gurken bitte nicht essen. Das sind Giftwirkungen, dann die einfachen Bitterstoffe und dann die aromatischen Bitterstoffe zum Beispiel. Dann haben wir auch, ja, manche, die eher hinweisen auf den Eindruck, nämlich schleimig oder ölig. Und jetzt will ich einfach hier mal losgehen mit dem salzigen und ein paar Beispiele nennen. So haben wir bei einigen Gewächsen wie Sellerie, Spinat, Petersilie, oft spüren wir die Salze heraus, die wir deutlicher bekommen, wenn wir sie veraschen. Und Salze sind balancierend und nährend und oft auch in Richtung basisch wirkend. Deswegen so ein Petersilie zum Frühstück mit einem guten Tee ist keine schlechte Idee. Gehen wir zu den einfachen Bittern. Da haben wir unsere stärksten Bitterstoffe, zum Beispiel mit dem Enzian. Aber auch der Hopfen ist ziemlich bitter. Dann gibt es den Waldgamander, der sehr bitter ist, der hier bei uns im Schwarzwald sehr verbreitet ist. Wir haben auch aromatische Bitterstoffe wie Alant, Walnussschalen, Wermut, die leicht wärmend sind, aber trocknend. Da sind einige, die man nicht lange Zeit nehmen darf, vor allem nicht in der Schwangerschaft, und die aber die Verdauung einfach auch unterstützen, dieser Magenbitter. Bei den aromatischen haben wir natürlich die italienischen Kräuter, die wärmen, auch trocknen und die dann als Seasoning, also einfach unser Essen, jeweils der Jahreszeit angepasst sind mit den Kräutern, die eben gerade, ja, verfügbar sind. Ich denke, soweit für diesen ersten Teil. Ich würde im zweiten Teil noch mal weitergehen mit den zwölf Geschmacksunterschieden. Bis gleich!